Hallo Werner, wie geht's dir? Ja, hallo Niklas, geht mir prima. Nudeln oder Dice? Nudeln. Meer oder Berge? Ja, schwer zu entscheiden, beides. Chaotisch oder ordentlich? Ich glaube ja ordentlich. Ketchup oder Mario. Dann Mario. Mit welchen Worten würde deine eigene Autobiografie beginnen? Das weiß ich nicht. Überleg doch mal. Kann ich so schnell nicht sagen. Mit welchen, bist du bei irgendwas ein totaler Perfektionist? Ich fürchte ja. Wobei zum Beispiel? Nah zu allem. In welchem Bereich würdest du dich als vollkommen talentfrei bezeichnen? Vollkommen talentfrei. Also Sport ist nicht so toll. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Verehren? Verändern. Ach, verändern? Ja. Oh, im Moment ist sehr, sehr viel, was ich verändern würde. Das Miteinander der Menschen. Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen und du kannst sie einfach nicht nachvollziehen? Tolle Autos, Fußball. Achso, Entschuldigung, eine Sache, ja. Zwei sind auch okay. Na, bin ich ja froh. Wie reagierst du, wenn dich jemand richtig lange anstarrt? Och, ich versuche mich auf mich selber zu konzentrieren und lass starren. Dankeschön. Gerne.